Erhöhte Cholesterinwerte senken, 5 Hausmittel Ein erhöhter Cholesterinspiegel kann ernsthafte Folgen für die Gesundheit haben. Hypercholesterinämie, oder die Ablagerung von Cholesterin in den Arterien, ist eine weit verbreitete Krankheit, die ernste Folgen haben kann. Zwar ist Cholesterin lebenswichtig, doch im Übelmaß wird dieses Lipid gefährlich. Wir präsentieren dir heute 5 Hausmittel, mit denen du erhöhte Cholesterinwerte senken kannst. Cholesterin wird nicht nur von der Leber produziert, sondern auch über verschiedensten Nahrungsmittel aufgenommen. Wenn du zu viel davon aufnimmst, formt sich Plaké in den Arterien und damit wird der Blutfluss behindert. Besorgniserregend ist, dass anfangs meist keine sichtbaren Symptome auftreten. Erhöhte Cholesterinwerte werden deshalb häufig erst spät erkannt. Es lohnt sich, einen gesunden Lebensstil zu führen, wobei Ernährung und Bewegung besonders wichtig sind. Reduziere den Konsum von ungesunden Fetten und praktiziere regelmäßig Sport. Zusätzlich können folgende Hausmittel die Cholesterinwerte senken. Probiere sie aus. Erhöhte Cholesterinwerte senken Erste Knoblauch und Zitrone Cholesterinwerte senken mit Knoblauch und Zitrone Roher Knoblauch und Zitronen enthalten Antioxidantien, die helfen, Fette zu vernichten, die sich in den Arterien ansammeln. Beide reinigen das Blut und lindern Entzündungen. Zutaten 1 Rohe Knoblauchzeh Saft Eine halben Zitrone Anleitung Zermahle eine rohe Knoblauchzeh und vermische die Paste mit dem Zitronensaft. Einnahme Nimm das Gemisch mindestens drei Wochen morgens auf nüchternen Magen ein. Zweite Cholesterinwerte senken mit Wein und Petersilie Es handelt sich um ein altes Rezept, das schon lange verwendet wird, um das schlechte LDL-Colesterin zu senken. Die darin enthaltenen Antioxidantien schwemmen Lipide aus und verhindern so Ablagerungen und Blutdurchdruck. Zutaten 2 Tassen Rotwein 400 ml 3 Esslöffel Petersilie 30 g Anleitung Rotwein in ein Glas füllen und die gehackte Petersilie dazugeben Nach 12 Tagen kannst du dieses Hausmittel einnehmen. Einnahme Trinke zwei Wochen lang eine kleine Tasse, 100 ml, vor jeder Mahlzeit. 3 Decholesterinwerte senken mit Gurke und Guave Decholesterinwerte senken mit Gurke und Guave Frischer Gurken- und Guavensaft stimuliert die Ausscheidungsorgane deines Körpers und hilft dabei, die schlechteste LDL-Colesterin zu beseitigen. Dieser Saft liefert eine Fülle an Ballaststoffen und Antioxidantien, die Ablagerungen in den Blutgefäßen vorbeugen. Zutaten 1 2 Gurke 2 Gurven 1 2 Tasse Wasser 100 ml Anleitung Die Zutaten waschen, schneiden und mit dem Wasser im Standmixer gut verarbeiten. Gleich nach der Zubereitung servieren. Einnahme den Saft dreimal in der Woche auf nüchternen Magen trinken. 4. Ananas-Ingwer-Saft Die harnfördernden und entgiftenden Eigenschaften dieser Kombination hilft, den Stoffwechsel anzuregen und reduziert die Aufnahme von Lipiden in den Arterien. Dieser Saft wirkt auch entzündungshemmend und leitet im Gewebe angesammelte Flüssigkeiten aus. Darüber hinaus wird damit das Risiko für Blutokrog reduziert. Zutaten 3 Scheiben Ananas mit Schale Bio-Qualität 3 Tassen Wasser 600 ml 1 Esslöffel geriebener Ingwer 10 g Anleitung Schneide die Ananas mit Schale ein Stücker und bringe sie in heißem Wasser kurz zum Kochen. Danach sofort vom Herd nehmen und den geriebenen Ingwer dazu geben. Sobald das Getränken eine angenehme Temperatur erreicht, abgießen und trinken. Einnahme trinke mindestens dreimal pro Woche drei Gläser am Tag, am besten ein Glas vor jeder Hauptmahlzeit. Fünfte Cholesterin Werte senken mit Sesam, Äpfeln und Haferflocken Cholesterin Werte senken mit Sesam, Äpfeln und Haferflocken Dieser Smoothie aus Sesam, Äpfeln und Haferflocken reinigt die Arterien und reduziert so den Cholesterin und 3-Glycerid-Spiegel. Er enthält eine Fülle an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien, welche die Herzgefäßgesundheit fördern. Zutaten 1 Esslöffel Sesam, 10 g, eine Tasse Wasser, 200 ml, 1 grüner Apfel, 2 Esslöffel Haferflocken, 20 g, Anleitung den Sesam mit heißem Wasser übergießen und über Nacht einweichen. Am nächsten Morgen durch ein Sieb gießen und die Flüssigkeit zusammen mit dem Apfel und den Haferflocken im Standmixer zu einem Mixgetränk verarbeiten. Einnahmetrinke den Smoothie drei Wochen lang morgens auf nüchternen Magen eine halbe Stunde vor dem Frühstück. Diese Hausmittel können sehr hilfreich sein, doch vergiss nicht, wenn du deine Cholesterin Werte senken willst, musst du auch deine Lebensgewohnheiten entsprechend umstellen.